Was geht ab, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Herzlich willkommen wieder im GL-Cembre! Heute geht es wieder um Musik. Wir sind hier angekommen bei Kennedy Rapline und denkt dran, heute geht es wieder um den GLC Cup. Das heißt, du oder du kannst einen Punkt ergattern für die GLC-Tabelle. Seid ihr bereit? Tschüss! Wieso Raja auf einmal Fußball-Expert ist? Das verstehe ich gar nicht. Das ist immer so. Das ist immer so. WM, 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 ne? So wie Frauen, ne? Nichts gegen Frauen. Ey, erklär mal. Nichts gegen Bart, nichts gegen Frauen, nichts gegen Gender-Beitrage. Das war nur, wer und dann schauen die Frauen mit, ne? Das machen die gerne. Das machen die gerne, ist ja auch interessant. Ist ja auch. Was sollt man tun? Lass mal die Frauen, ey, Frauen, ich klär das mal kurz. Lass mal die Frauen in Ruhe, was willst du, Bruder? Schleimscheiß, ey, gell? Ich klär das wohl, alles gut. Nummer 1. Ich lauf besoffen ein, nachdem ich rotz ne Lein, die so groß ist wie ich von Kopf bis Bein. Brauch... Boah, Dicker. Du warst als Erster, aber es hat nicht gebuzzert, aber du bist trotzdem als Erster dran, ja. Boah, ich rate jetzt einfach, aber ich könnte es mir vorstellen von Haftbefehlen. Und das ist richtig. Ja, ne? Du Arsch. Wusstest du das? Ja, der Song ist heute rausgekommen. Ja. Braune Tasche. Braune Tasche. Dicker, heftig. Scheiße, Mann! Krass aber, dass du das... Ich hätte mir das echt nur von ihm vorstellen können. Salam al-Qualam. 1-0. Wir haben einen Spielstand 1-0 für Aibo. Frage Nummer 2. Rap-Line Nummer 2. Oder Rap-Line Nummer 2. Babe, komm zu Handsome in nem Jet nur mit dir nach London. Bin gesegnet, weil ich dich kenn, zieh dich an mich. Einen Blick. Rot-Wein, Red Roses. Ich sag einfach Reezy. Und das ist falsch. Du darfst nachziehen. Luciano? Und das ist richtig. Das ist richtig stark. Das hätten nur die beiden Seiten. Genau, genau. Die ist Red Roses und das. Rot-Wein und das hätten nur die beiden. Ich pack dich in die Red Roses. Weißt du welcher Song das ist? Welcher? It's a beautiful girl. Den kennst du von ihm auch wieder. Bum, bum, bum. Starke Leistung. Wir haben einen neuen Spielstand. Er steht 1-1. Sag mal, ehrlich, sind die Texte gut? Der war gut. Beide gut bisher. So cool. Der nächste Rap-Line. Man sagt, jeder ist sein Glückgeschmied. Doch wer weiß, vielleicht hab ich gar kein Glück verdient. Farid Ben! Das ist falsch. Hä? Man sagt, jeder ist sein Glückgeschmied. Doch wer weiß, vielleicht hab ich ja gar kein Glück verdient. Hä? Das ist Farid, Mann. Oder hat das so ähnlich gesagt vielleicht? Boah, das schockiert mich gerade. Ich dachte, ihr seid safe dabei. Ich darf nicht drücken nochmal, ne? Ne. Erst ist er drin. Ey, scheiß auf eure Rede. Ich weiß nicht, aber Casey Rebill. Falsch. Nächste, also von dem gleichen Song. Ich bin mir 100% sicher, dass es diese Scheiße ist. Ja, natürlich! Von dem gleichen Song noch eine Line, okay? Von dem gleichen Song. Lächerlicher Scheiß? Lächerlich. Ich weiß. Gott verdammt, was für eine lächerliche Zeit. Wer ist das? Bro, das kennt man sehr. Du bist sicher, ich fahre in Banking, oder? Ja, ich bin mir sicher. Nein, Bro, das ist der nicht. Aber ich bin so gut, Digga. Dritte Frage hab ich gut vorbereitet. Hook klein. Oder ich weiß nicht, ob das Hook ist, aber egal. Reich und schön. Nein, das bin ich nicht. Fuck! Das ist fuck, Mann! Ey, ich hab das so gut gemacht. Guter Punkt. Guter Punkt. Ja, da reich und schön direkt fahrt. Ja, deswegen hab ich gesagt, jetzt so. Das sind meine Songs, Bruder. Die hab ich gehört. Ja, Bruder, die haben wir auch gehört. Die sind 20 Jahre alt. Zwei zu eins, Raja. Hier war ich mir nicht sicher, aber es ist schwer für euch beide. Du meintest, wir wären zusammen perfekt. Jetzt bist du weit weg. Ich warte immer noch auf dein Call, mein Babe. Will mir nicht vorstellen, dich mit einem anderen. Kann dich nicht vergessen. Haben viel zu viel erlebt. Das könnte jeder sein. Deswegen, das ist so der Schwerste, glaube ich. Kein Plan, Digga. Soll ich das mal rappen? Ich hab einen im Kopf, aber ich weiß nicht. Du meintest, wir wären zusammen perfekt. Jetzt bist du weit weg. Ich warte immer noch auf dein Call, mein Babe. Will mir nicht vorstellen. Ich sag einfach mal PA-Spot. Falsch. Jetzt hast du die Chance nachzuziehen. Rappt ab. Shamra? Nee. Okay, nächste Dings. Ich kippe das Gift schon seit Monaten in mich hinein. Leere Flaschen im Zimmer. Ich dachte, bleiben Tag Team für immer. Fick dir dein Herz, deshalb fick ich meine Leber. Keine Ahnung. Was ist das? Das ist echt schwer. Ich sag Angie. Ist auch falsch. Immer noch, Bruder. Immer noch. Von wem ist das Song immer noch? Ja, das ist von Schubi. Ich hab extra... Ey! Oh, wir kaputt, Bruder. Okay. Bruder, ich warte, stopp, ganz kurz. Ich sag's ehrlich. Real Talk, ne? Ich hab von vornherein gewusst, dass das das Schwerste ist. Okay, okay. Weil ihr beide das wahrscheinlich nicht kennt. Bruder, wir hören Schubi... Nein, nein, warte mal. Wir hören Schubi 0,0. Hör zu, hör zu. Ich wusste, dass ihr das beide so direkt nicht kennt. Aber er sagte, ich hab das gesagt, so wie er das sagen würde. Er hat das schon viel schneller gesagt. Ja, nein. Aber dieser Song war so ein brutaler Internet-Song. Ganze Zeit auf Instagram, dieses immer noch und so. Der ist scheiße auf euch. Der Spielstand steht immer noch 2 zu 1. Und weil die schlecht sind, geben sie mir die Schuld. Song Nummer 5. Nachdenken. Bereit? Bereit, ja. Bereit, auf jeden Fall. Und ich in... Bereit und und? Und... Kennt ihr das? Kennt ihr das? Bader, du Sohn? Komm, kämpf. Keiner hier sorgt dafür, dass ich meine Blick... Dass ich mein... Nein! Kali! Ja! Keiner hier sorgt dafür, dass ich mein Blick seh. Ich kenne so viele Ex-Song. Kali, du hast ihn so verteidigt vorhin in unserer Gruppe. Bruder, als du anlassst, dein Cousin ersten Grades. Ist der vielleicht? Ja, nein, keiner weiß. Und nicht mal seinen Song kennst du, Digga. Oder ich wusste direkt... Müll! Wer bei Neut Fisch hat, er steht 2 zu 2 für einmal! Als du das erste Wort gehört habt, ne? Digga, ich hätte direkt mal drücken sollen, Digga. Sechster Song. Seid ihr bereit? Bin kein Millionär, hab Promo für die Wiederkehr, wichtige Entscheidungen, womit ich mich beschäftige, aber eigentlich trifft sie der Allmächtige. Bruder, ich hab... Oh, ich auch. Ich hab auch grad einen... Ich trau mich aber nicht ins... Doch. Bojan? Das ist falsch. Du kennst ihn nicht, Mann, ne? Doch, nur mal. Es wird Zeit, dass Bojan bei Samra zeigt! Nein, nenn wir hier. Wo krieg ich die Kohle für die Miete her? Ticke Drogen, pures Kokain im Briefkuvert. Sogenannter Krisenherd verbrenne frisch gedruckte Noten. Sag mal NG. Falsch. Samra? Richtig! Ticke Drogen, pures Kokain. 3 zu 2 für Raja! Alles gut, Bruder? Ist hier jemand? Herr Demgur, Herr Demgur. Bruder, das ist Tabelle, Bruder. Es ist nicht einfach irgendwas. Punkte stand? 3 zu 2 für Raja. Line Nummer 7. Ein paar Graben war doch gerade. Jetzt bin ich bereit. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Digga, ich bang, du denkst, es war einfach. Kommen alle Weiber wie ne Leiter, geh ich hoch. Aber Mermi Flo war auch... Ich war schluss! Ja! Ab die Wumme auf dem Show, 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 Show! Aber du hast ja auch gedruckt. Mermi Flo, Digga. Bruder, ihr habt beide gleichzeitig gedruckt. Arschloch, Digga. Auf einmal bin ich wieder schuld. Auf einmal merkt ihr das, Leute? Sobald es nicht mehr geläuft... Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Aber heute kurze Frage, nur um zu checken, ob ihr den Song wissen würdet? Ja. Es geht einfach nur jetzt um einen Trostpreis für dich, IBA. Ich lauf besoffen ein, nachdem ich rotzene Line, die so groß ist, wie so kommt es mir. Hä? Hast du auch am Anfang vorgeschlagen? Bruder, geht's hier gut? Bruder, geht's hier gut, Bruder. Aber am Anfang vorgeschlagen. Einer dieser Arzt-Ding, ich muss einfach kurz gucken, Bruder. Meine lieben Freunde, der Punkt für den GLC Cup geht einem Mal auf meiner linken Seite und runter. Ja, nach. John Rambo. Ich möchte gerne das Video mit einem Beispiel aus meinem Lieblingssport, dem Fußball, zitieren. Ja. Und zwar ist es als Titelfavorit immer schade, wenn man gegen Abstiegskandidaten Punkte liegen lässt. Ich würd's genau so liegen lassen. Das ist einfach so stehen. Ja, ich bin Kreisliga, aber ich geh hoch zu Champions League-Dinge. Das ist der nächste Punkt für Raja in dieser GLC-Tabelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vergisst nicht liken, kommentieren, abonnieren, kommentieren mit... Hashtag Raja hat ne dicke Nuss. Ja! Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020